Jetzt kommt er auf Caroline, äh, GLaDOS. Was mache ich? Ich setze das falsche Portal schon wieder. Was? Ich setze, ich habe einfach gerade schon wieder das falsche Portal gesetzt. Null. Ich vergesse nämlich immer wieder gerne welches Portal ich gesetzt habe. Das hat gerade noch gereicht, okay. Warte mal, wo bist denn du gerade? Ah, du bist bei Beta. Mhm. Gerade durchgegangen. Auch direkt durch? Ja. Ich habe keine mehreren Versuche gebraucht. No. No. Oh. Komm, gib mir die Kartoffel. Da ist er nicht. Warum bin ich überhaupt hier? Ja. Keine Ahnung. Nein! Nein! Ja! Das war der Failchump des Jahrhaut. Tausends. Okay. Schau dir die an, schau dir die an im Stream. Jetzt! Achtung, wenn ich gleich... Wenn ich gleich jump? Tod. Jetzt! Und... Fuck my life! Okay, das... Ah, habe ich mich gerade erschrocken. Ich vermisse der Astronauten. Alles klar. If you see an orange jumpsuit, hit the red button. Okay. So, warte mal nach wo muss ich hin. Nach da oben. Stimmt. Nein, 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 nein! Mein Scheiß. So, jetzt muss ich... Jetzt muss ich überlegen. Wie war das denn nochmal? Dort muss ich ja... So, jetzt aber. Das haben und die weiße Fläche muss bis nach dort kommen. Der Vogel, ey, alter, der hat hier sein Rabenläs. Nur weil die Lampe Wärme produziert und das Brotnest so bewärmt. Alles nur weil jemand die Lampe angelassen hat. Nein. Nein? Nein. Na hoch, verstehe. Wenn ich malkine die Maiine die unten. Ich versuche alle Wieben. Jetzt kann ich den Scham vielleicht mal richtig machen. Fail. Jetzt aber komm. Ab leider zu viel gefällt, insgesamt wegen dem Winter ja. Ich muss jetzt mal den Knopf anmachen. Ja schon wieder mal gefällt des Todes. Hab ich da überhaupt drüber? Ich hab das Gefühl dass das nicht gut gehen wird. Okay das ging mal wieder gut. Komischerweise. Was ist das denn? Was ist das denn? Das geht dann einfach so ne? Okay und das geht einfach so. Und das geht dann einfach so. Dann geht das ein bisschen höher. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. Das ist wirklich lächerlich was ich gemacht habe. So gut. 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 jetzt boing boing ich will weggehen und zack ins wasser rein ich kann kaum glauben dass menschen existieren die halb so viel wiegen wie ich ich kann es nicht glauben tja entweder ich bin übelst fett oder das auch ok das muss ich mir merken dann gehe ich hier wieder zurück das ist sowas von easy wenn man nicht wenn man es nicht falsch macht zack und top speed ich bin natürlich astronaut kriegsheld und olympiasieger kriegsheld kann ich schon mal nicht sein den krieg gab es da müsste ich schon der letzte krieg wo deutschland involviert war ist schon sehr weit zurück bevor man feld und um dann Olympiasieger in welcher sportart wenn ich so fett bin wenn ich verfragen darf und astronaut ich bin astronaut ich bin astronaut definitiv ich bin ich dann wie komme ich jetzt dort ich weiß nicht mir shopping wird hier So, wo geht es jetzt hier weiter? Das große Tor, was nach unten geht, wiegt eigentlich soviel Tonnen, dass es nach unten knallen müsste, aber egal, kann ich nach unten springen, gut kann ich, wie auch immer das hier sein kann, ohne dass es... Ich muss den Wöffel, genau, ich muss den Wöffel mitnehmen, wie komme ich da hin, wie komme ich hier wieder weg, ist natürlich, ach da unten, da will ich dir noch gleich mit rüber, Wo bist denn du? Ich bin jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, wo bei diesem Wöffel denkst du? Ach da, ok. Ja, warte mal. Ja. 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 Ja.